und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft ja heute werden wir eine Höhlen-Tour machen wie ihr es schon gesehen habt vielleicht egal ich hab ja was bauen habe ich hier das ist für mich fertig bauen weil ich das jetzt gerade gebaut habe ich hab mich vorbereitet ja mit allerhanden Sachen ich hab noch ein bisschen Zeug zu tun was ich nicht brauche aber sonst ist das alles ganz gut Holz brauchen wir für Facken und hier ja Steine zum rüberbauen dann lass mal runter ne äh wir werden jetzt ganz langsam in die Höhle gehen hier werden wir jetzt reingehen hier genau hier hier habe ich vorhin ein bisschen wo kann ich das gleich und muss ich immer angreifen gut ich sag mal mal drücken jetzt lass mal ein bisschen rein was ist das was ist das das war knapp Die töten sich gegenseitig. Das ist nicht mein Problem. Das ist voll viel Eisen. Du sprengst mir das Eisen jetzt nicht weg. Das ist schlecht. Okay, dann lassen wir das O, wir waren höher, oder? Wir waren hier, genau, ja. Hallo? So. Okay. Lass mal ein bisschen Eisen mitnehmen. Also dann, ich mach mal einen Cut, ich sammle mal ein bisschen, ich mach mal einen Cut erstmal fürs Erste. Ich mach fürs Erste mal ein Cut, okay, Leute, und wir sehen uns gleich wieder, ciao. So, da sind wir auch schon wieder, also, ich hab mal ein bisschen, ja, den Teil hier ausgeleitet, alles mitgenommen. Wir gehen jetzt hier weiter, ne? Dann, dann, ach so, ich, ich seh auch gar nichts vor allem, ne? Wow. Oh, hier ist Eisen. Wie viel Eisen haben wir schon? 29? 20? Soviel? Wirst du mich verarschen? Okay. Boah, jetzt, das hab ich voll übersehen. Wir sind schon bei Folge 4, okay, alles klar. Entschuldigung, fand ich ein bisschen still mit gerade, aber ich hab hier gerade ein bisschen Besuch und, naja, und deswegen bin ich hier auch nicht so laut. Okay. Dann lass mal den Weg hier lang gehen. Oh, was ist das? Nichts. Okay. Ich dachte, da geht's noch weiter, aber... Dann lass mal da lang gehen. Die Höhle haben wir schon fast fertig, also. Gehen wir dich schnell? Okay, wir haben die nicht fertig. Ist das eine Schlucht? Nein. Was ist das? Okay. Oh, Eisen. Ich hab mir davon noch eine Eisenspitze gemacht. Damit das noch ganz passt. Hallo, kann ich hier irgendwo fackeln, ist das? Kohle hab ich genug, also davon kann ich jederzeit was holen. Die hab ich gar nicht gesehen. Passt. Alles klar. Geht's hier raus? Okay, damit wir noch was anderes schaffen in der Folge, würde ich sagen, wir gehen einfach mal hier jetzt raus. Weil einfach... Ne, sammeln kann ich zu Hause auch... Ähm... Fast zu Hause. Ich will heute noch was schaffen, deswegen gehen wir jetzt schon raus, gleich von der Höhle. Ja, ich würde sagen, wir gehen schon mal raus. Dann lass mal hier lang rausgehen. Das war hier lang, oder? Das nehm ich noch mit. Nur zwei Stück, okay. Da hoch musste ich, ne? Da unten leuchtet was, Lava. Da gehen wir runter, das ist jetzt spannend. Sonst wackeln? Hier, okay. Okay, wo ist das denn, kann ich sehen, dass ich das hier rausgehebe? Okay. Okay. So. Prozent 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 nur ein Stück, dein Ernst, schon wieder nur ein Stück. Was ist das denn für eine Quelle? Jawohl, du. Hier ist nochmal Lava. Redstone, yay. Ich habe Redstone gefunden. Die Logik von dem Spiel. Ich habe keine Blöcke mehr. Das könnte jetzt einfach kritisch werden. Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. Ich will jetzt nicht unbedingt sterben. Das will ich jetzt nicht. Wir haben jetzt schon genug Eisen. Ich habe gerade Besuch bei mir, deswegen... Na. Das heißt, nehmen wir noch mit. Ich mache gleich einen Cut, weil das Vorausgehen ist nicht so spannend, gerade. Das heißt, ich habe jetzt das Eisenschmelz. Ich bin jetzt angekommen, ich habe mal geschlagen, es war nachts. Ja, ciao Leute. Ich habe noch ein paar Montage getötet. Ich habe sonst nichts gerade viel gemacht. Ich werde auch Stream gleich bauen und hier. Das hänge ich schon mal auf, ne? Schau Leute. Die Filme. Das ist nicht gewählig. Da ist wie viel Spaß macht. DERYTBETRESPIECE Vielen Dank.